Das ist mein Bruder, der Niko. Auch Sohn von Werner. Ja, und doch ganz anders. Aber nur tausend. Ja, ja. Genau. Ja, während er natürlich Camping immer frei hat, war er immer mit dabei. Und Radl fahren. Ja, ich bin auch Radl gefahren. Also alles, was ich scheiße finde. Ja. Und dann haben wir versucht, das Boot durch die Brandung rauszuschieben. Ja, wir haben es versucht. Na, wieder hat es uns umgerissen. Dann sind wir wieder am Boden. Wusch, hat es wieder rausgekaut. Aber warum? Ihr hättest doch da dann später noch ein zehnten Mal, wenn man das so ein bisschen zum Depp macht. Das Problem war, ich wollte, hab dann schon gesagt, naja gut, Papi, das geht nicht. Wir können nicht. Und dann hast du gesagt, jetzt schauen schon alle. Oder? Schau mal, die ganzen Leute stehen am Ufer und schauen uns zu. Jetzt erst recht. Wir haben also versucht, dich ins Wasser zu bringen, die Mami und ich. Und das hat ja immer ein bisschen länger gedauert. Und wie wir wieder rauskommen. Dieses arme Kind. Die Windel hat also den Durchfall nicht aufhalten können. Oh Gott. Und das ist oben raus. Der ganze Rücken bis zum Kragen. Die Hände. Aber er war vergnügt. MASSENGESCHMACK TV Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen. MASSENGESCHMACK TV MASSENGESCHMACK TV MASSENGESCHMACK TV